Servus und willkommen zu einem neuen Vergleichstest. Heute sehen wir uns den Adidas Ace gegen den X an. Und welches Modell am Ende für welchen Spieler geeignet ist, das erfährst du jetzt. Viel Spaß beim Schauen. Beim Komfort schneiden sowohl der Ace als auch der X sehr gut ab. Das Material vom Ace ist nach ca. 2 Stunden Einlaufzeit etwas weicher und angenehmer, beim X15.1 könnte es etwas weicher sein. Dafür bezeugt uns die enge Passform des X, die perfekt für normale und schmale Füße geschnitten ist. Der Ace ist dagegen etwas weiter, sollte aber dafür Spielern mit breiten Füßen passen. Auch hier leisten sich beide Modelle kaum Schwächen. Der Ace kann mit seinem weichen und griffigen Synthetikmaterial glänzen. Die Applikationen im Vorderfußbereich verleihen dem Spieler etwas mehr Grip beim First Touch und bei der Ballkontrolle. Das Material des X15 ist zwar dünner, jedoch hatte ich das Gefühl, dass es steifer ist. Dadurch wurde das Ballgefühl nicht so gut übertragen wie beim Ace 15.1. Was die Qualität und Haltbarkeit angeht, gibt es kleine Unterschiede. Beim X15 lösten sich ein paar Nähte, jedoch waren es nur optische Mängel. Von der Haltbarkeit kann man diesen Schuh mit dem alten F50 vergleichen. Beim Ace hatten wir keine Probleme in der dreimonatigen Testphase. Somit kommt er sowohl in der Haltbarkeit als auch in der Verarbeitung an den alten Predator heran. Beide Schuhe konnten uns von Anfang an überzeugen. Dabei richtet sich der X15 an schmale und normale Füße. Der Ace 15 ist dagegen eher für normale und breite Füße ausgelegt. Der X besitzt ein dünnes Obermaterial, hat einen engen Sitz und eine gute Haltbarkeit. Leider ist das Material etwas steifer als beim Ace und mit seinen 233 Gramm ist er etwas schwerer als sein Vorgänger, der F50. Der Ace 15 hat uns etwas besser gefallen. Das Obermaterial ist weicher und dank der Applikation auch griffiger. Diese sorgen auch für eine bessere Ballkontrolle und mehr Ballgefühl bei Annahmen. Dass der Ace mit seinen 273 Gramm kein Speedboot ist, sollte jedem klar sein. Trotzdem ist er der Sieger in unserem heutigen Vergleichstest. Welcher Fußballschuh gefällt dir besser, der X oder der Ace? Schreibt das Ganze wie immer in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, bleibt sportlich und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.